Hallo Leute, ich bin der Miro und wir beginnen die heutige Rainbow Six Siege Folge mit vier relativ kurzen Clips, die mir aber persönlich so gut gefallen haben, dass ich unbedingt die Folge damit starten wollte. Deswegen seid schon mal gespannt, viel Spaß damit und los geht's! Alles klar! Fuck, oben liegt einer am Boden. Okay, sie hat den... einfach... Alter, hast du den gesehen? Nee, hast du nicht. Der Ransom brennt wieder raus. Ich muss aber nicht sehen, weil der Ransom brennt. Was? Bei mir ist das Ding hier schon. Ja, der ist direkt hier dran. Oh Gott! Oh fuck. Blau ist auch einer. Einer ist down. Mute ist down, der liegt hier in Church. Mute ist in Church. Scheiße! Wo? Mute ist ein C4! Ich will einen C4 irgendwo. Da war gerade einer hinter dir am Fenster, dem hab ich schon Headshot gegeben. Vielleicht war das ein C4. Ja Twitch ist in Ruckstrum, oder? Im Objective-Doc auf jeden Fall Hab ich gesehen? Ja, da ist ein Wunsch von uns, genau, hast du ihn? Geh gehofft, was du? Du machst ihn, mach ruhig, er muss kommen. Pick mich zu hart vor. Du machst ihn, du machst ihn. Jetzt push'st er. Let's go. Let's go! Okay, be main! Da aber... Was? Ach du, nur drei. Da aber. Jetzt nicht mehr. Boah, ich hab jetzt schon. Sorry. Hast du noch nichts? Wir kommen gleich wieder. Der ist eine Hütterzeuge. Okay. Der steht immer noch ehemt runter. Ehemt immer noch runter. Kannst du auf den Tisch springen? Ne, ich bahre ehemt zu dir. Ich bahre an der Hedge. Sie wissen, dass du da bist. Ich hab jetzt raus. Und? Schön. Ich bahre immer noch im Gassenzimmer. Ich bahre immer noch im Gassenzimmer. Ähmt jetzt bei der Barage. Geht jetzt rein. Geht jetzt rein. Geht jetzt rein. Du kannst noch rein. Geht jetzt rein. Du kannst nur. Du kannst nicht rein. Geht jetzt rein. Du kannst, du kannst. Du kannst. Ich bitte nachsend. Twitch ist bei mir. Boah, Alter. Let's go. Let's go. Irgendwo in die Kampen drin, Alter. Was für ein Ding? Die Wache. Die Flop. IQ noch ein bisschen. Beide bei der Züge. Red drin. Red IQ ist Red. Red. Die AIM zu dir. Let's go. Das war ein. Nein, nein. Fuck it. Warte, 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 warte. You got low. Here I'm done. I'm hit, dude. Oh. Yes. Was war das? I don't know. You will. What the fuck? Fuck, Alter. Ich hab grad seine Waffe gesehen. Von Jäger. Hab ihn, hab ihn. Stark. 15 Sekunden remain. Äh, ja. Bei den Puppen ist, glaub ich, einer. Ja, bei den Puppen ist einer. Leute, die haben hier übergangen. Oh, Leute. Der AIMt den Dropper, ernsthaft ab? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. What the fuck? Boah, der hätte fast ein Teil angeben. Dann geh ich ja schon mal runter. Die werden dann zu viel schweißen mit der Cordy. Bin drin in der Camp. Boah, hier war jemand. What? Die Tür geht auf. Fenster, Fenster. Ja, in dem Körper. Nee, raus wieder. Warte. Jetzt stehen sie. Und ich schließe auf die Kampagne. Stell, mach, mach. Let's go. Ciao. Was ist denn das hier? Achso, das ist von Pulse. Einer könnte Twitch sein. Ja, ist ein Twitch. Und zu vier. Lol, zu vier. Ach, lol. Danke, Pulse. Ich habe noch zwei Leben. Secure the Biohazard Container. Nehmt er da noch hinten. Stopp. Oh, ich bin da drin. Oh. Ja, ich kann doch nicht. Secure the Container. Pulse runter. Oh, Pulse. Das war es dann auch wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye-bye, Leute. Und ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss. j